Ja, hallo. Heute geht es um Methoden. Ich werde dazu in diese einfache Klasse Zeit hier verschiedene Methoden einbauen. Und dabei werden wir einige Besonderheiten von Swift kennenlernen. Zunächst mal eine Methode. Das ist in Swift einfach eine Funktion, die wir mit Typ zuordnen. Wie gesagt, ich habe hier den Typ Zeit. Ich erzeuge hier auch ein Objekt oder eine Instanz von Zeit. Und diesem Typ kann ich jetzt einfach hier eine Funktion einbauen. Was mir ganz gut gefällt, ist, dass es hier kein spezielles Keyboard dafür gibt oder keine andere Syntax, sondern dass es ganz genauso ist wie bei den Funktionen. Wer möchte, kann auch nochmal einen Blick hier auf diese Folge werfen, auf die Folge, in der es um Funktionen ging. Alles, was wir da gezeigt haben und gemacht haben, gilt auch ebenso für Funktionen. Aber einiges wiederholen wir heute nochmal. Okay, also ich werde verschiedene Funktionen einbauen und wir werden da ein paar Besonderheiten von Swift kennenlernen. Zu unserer Zeit hier möchte ich jetzt als erstes mal eine Funktion einbauen, die einfach eine Ausgabe macht. Dazu schreibe ich eine Funktion, gebe dieser Funktion einen Namen, anzeigen, übergebe kein Parameter, habe auch keinen Rückgabewert, einfach so und schreibe hier rein ein Printline. Und da schreibe ich jetzt einfach mal Uhr und Minuten, mehr nicht. Und jetzt kann ich auf der Objektreferenz T1 diese Methode anzeigen, aufrufen. Das heißt, wir rufen diese Methode auf dem Objekt T1 auf und er gibt mir jetzt entsprechend diesen Text aus. Das ganze Methoden, der Sinn liegt daran, dass diese Funktionalität jetzt Zugriff hat, dass die verbandelt ist mit dem Objekt und ich von der Methode aus auf die privaten Dinge des Typ oder des Objekts zugreifen kann. In unserem Fall wäre das hier die Stunde und die Minute und das möchte ich hier mal machen. Ich gehe jetzt her und baue hier einfach die Ausgabe der Stunden an und die Ausgabe der Minuten. Das war es auch schon. Und jetzt sehen wir 0 Uhr, 0 Minuten. Das müssen wir noch ein bisschen umändern. Das sollten wir hier vielleicht auch Stunde mal setzen. Ich sage jetzt ist es einfach mal 20 Uhr und 15 Minuten und er passt die Ausgabe entsprechend an, 20 Uhr, 15 Minuten. Ja, das wäre so die erste einfache Funktion ohne Parameter. Jetzt wollen wir aber auch eine Funktion, ich bringe es durcheinander, auch hier mit dem Function Keyboard. Ich meine natürlich Methode, dass es hier drin ist. Also wenn ich hier irgendwas einbaue, meine ich immer eine Methode, auch wenn ich hier aus Versehen vielleicht nochmal Funktion sage. Also ich baue jetzt nochmal eine ein und da bietet es sich jetzt an Sätze, um Stunde, Minute zu übergeben. Und dann möchte ich entsprechend die Stunde und Minute setzen. Also ich möchte eine Stunde übergeben vom Typ Integer und eine Minute, auch ein Int. So. Und da möchte ich entsprechend hier drin die Zuweisung machen. Ich möchte jetzt sagen Stunde gleich Stunde. Und zwar diese Stunde, die ich übergeben bekomme, die möchte ich der Instanzvariablen zuweisen. Und mit Stunde hier, wenn ich das hier verwende innerhalb der Methode, sehe ich natürlich dann hier oben den Parameter, der hier uns auch als lokale Variable innerhalb der Methode dient. Und um da auszubrechen und auf die Instanzvariable zuzugreifen, mache ich hier ein Self rein. Von Java oder C++, wer das kennt oder von dort kommt, ist es das Diss. Aber ich finde es ganz gut, dass es hier Self ist und nicht Diss. Da habe ich schon weniger Probleme mit dem Th. Das macht also Swift natürlich auch sympathisch. Die Minuten setze ich hier auch mal. Wunderbar. Und damit können wir mal Sätzen ausprobieren. Also ich schmeiße diesen Code mal weg und sage T1, setze die Stunden auf. Man sieht schon, er hat hier was weggelöscht, der Playground. Ich gehe trotzdem her und gebe es mal ein. Stunde 20, Minute 15. Und er zeigt uns auch gleich einen Fehler an. Das ist hier in Swift so nicht korrekt. Da gibt es eine Besonderheit. Und zwar beim ersten Parameter, da können wir diesen externen Namen hier weglassen. Oder müssen sogar weglassen und geben einfach nur die 20 an. Bei den folgenden Parametern müssen wir diesen externen Parameternamen angeben. Also da muss ich jetzt Min davor schreiben. Das ist auch ganz gut so für viele Anwendungen, die wir auch noch sehen werden. Aber hier hätte ich gern schon angegeben, dass es hier Stunden sind. Und damit ich das hier explizit angeben muss, sollte ich hier oben einen externer Parametername vergeben. Ganz im Detail haben wir das, wie gesagt, auch schon in der Folge zu Funktionen behandelt. Aber wir machen das gleiche hier nochmal. Ich gebe jetzt hier einfach nochmal Stunde an als externer Parametername. Und dann kann ich das hier unten auch verwenden. Ja, don't repeat yourself. Also wir haben hier zweimal das gleiche eingetragen. Und es ist auch schön, den internen Namen, der gleiche zu verwenden wie der externe. Aber wir können das ein bisschen kompakter ausdrücken. Und die abgekürzte Schreibweise ist einfach hier ein Hash-Zeichen vor dem Parameternamen. Und schon nimmt er als externe Parametername den gleiche wie das für den interne Parametername. Okay. Und wir können dann jetzt, wie wir das schon gemacht haben, das natürlich hier unten auch verwenden. So. Jetzt habe ich noch diejenigen, die von Java nicht loslassen können. Die sagen, ich will das genauso aufrufen wie bei Java. Ich möchte das jetzt nicht so aufrufen, sondern ich möchte jetzt gerne das Ganze aufrufen mit 20.15. Reicht doch vollkommen aus. Das erste sind die Stunden, das zweite sind die Minuten. Das geht jetzt natürlich nicht. Da hat er was dagegen. Aber es hält uns keiner ab. Die Methode Sätze zu überlagern. Und jetzt nochmal eine hier einzubauen. Bei der wir ja nicht den Benutzer zwingen, die externe Parametername anzugeben. Für den ersten ist das ja der Fall. Und für den zweiten setze ich jetzt als externe Parametername einfach den speziellen Parametername Anderscorder vor. Und das bedeutet jetzt, dass ich hier unten dieses Minuten weglassen kann. Ja. Die Implementierung fehlt noch. Die setze ich rein. Aber da bin ich faul und benutze die Implementierung hier unten und rufe von der einen Methode die andere auf. In dem, dass ich dann sage, okay, ich übergebe hier Stunde. Ich übergebe Minute und bin fertig. Ja, was ist besser von beiden? Also mir gefällt das wesentlich besser. Und mit dem Editor, mit X-Code ist es auch kein Problem. Ich muss gar nicht mal so viel tippen. Er ergänzt man das und mein Code ist selbst dokumentierender. Eine gute Sache. Also nehmt diese Variante hier, wenn ihr Swift programmiert. Das habe ich euch vollständig heizhalber gezeigt, aber hätte ich vielleicht besser bleiben lassen sollen. Also das hier ist die schönere Variante. Und wir machen jetzt uns das auch nochmal zunutze, so wie es gedacht ist, beim ersten Parameter den externen Namen nicht angeben zu müssen. Also damit können wir unsere Schnittstelle ein bisschen natürlichsprachlicher gestalten und das wollen wir jetzt auch mal tun. Und zwar möchte ich jetzt eine Methode schreiben, die die Uhr vorstellt, die Zeit verstreichen lässt. Und die nenne ich mal weiter um. Weiter um. Ein Betrag von. X. Ja, was? Vielleicht. Geben wir hier auch noch eine Einheit an. Also damit ich sagen kann, weiter um 10 Minuten, weiter um 2 Stunden. Einheit. Ich nehme hier jetzt als Datentyp String. Klar. Das ist hier typischer Anwendungsfall für ein Enum, dass ich einmal Stunde, einmal Minute übergebe. Aber Enums haben wir noch nicht behandelt. Deswegen nehme ich hier ein String. Und dann kann ich hier unten weiter um aufrufen. Ich rufe dann auf T1 weiter um. Und Betrag muss ich nicht angeben. Also nicht den Namen, aber den Betrag selber, ganz klar. So dass ich jetzt sagen kann, weiter um 10 Minuten. Einheit. Minuten. Oder ich mache noch mal ein paar weitere Beispiele. Weiter um. Ja, was habe ich? 20 Uhr. Da sagen wir jetzt einfach mal weiter um 5 Stunden. Und dann sollte hier entsprechend nicht 25 Uhr, sondern 1.15 Uhr rauskommen. Und hier sollte 20.25 Uhr rauskommen. Und ich mache jetzt noch mal ein Beispiel. Wenn ich zu 20.15 Uhr 90 Minuten eingebe, dann soll da 21.45 Uhr ausgeben. Ja, die Implementierung, das überlasse ich mal euch als Aufgabe. Schreibt mir mal eine Implementierung für weiter um, die genau das hier unten erfüllt. Ja, eure Lösungen könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Also wer es probiert, nicht gleich in die Kommentare gucken, sondern erst mal selber ausprobieren. Eine Implementierung für um. Und schreibt auch euch mal so eine klasse Zeit wie die hier. Probiert die Sachen mal aus. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die einfach in die Kommentare rein. Soll es euch passieren, dass ein Beispiel nicht funktioniert, was vorkommen kann, dass sich Zwift immer weiterentwickelt. Und ihr wahrscheinlich auch nicht gleich am heutigen Tag, am 3. Februar jetzt das Video schaut, sondern irgendwann anders. Dann schreibt das einfach in einen Kommentar rein. Und wenn mir das auffällt und ich es im Kommentar sehe, dann setze ich auch Annotationen ins Video rein. Oder mache eine Folge zur Neu, sodass das auf dem aktuellen Stand bleibt. Ja, soviel heute mal zu Methoden. Das ist allerdings erst der Einstieg. Da gibt es noch einiges mehr. Da gibt es zum Beispiel auch noch Typ-Methoden. Aber dazu kommen wir mal dann später. Ja, das war es soweit. Bis dann. Tschüss.